Franken? Spanier? Äthiopier, okay. Also hinten daraus könnten wir sterben an dem Franken. Drei von drei haben ihr Handy noch mehr hinterlassen. Ich ruf jetzt mal an. Und immer an das Stickelmuster denken, Leute. Sieht Stickelnitze. Ja, sieht hier. Ja, sieht hier. Ja, sieht hier. Ja, sieht hier. Ich bin bereit. Hat meine Frau aufs Holz geschickt, lasst ihr aber kein Holzhäler-Lager bauen. Noch immer keine Schafe gefunden. Ich hab meine jetzt alle. Wo hackst du denn bitte Holzmensch? Ah ok, das sind welche. Hunter. Mandatum. Greeten. Hunter. Yay. Hunter. Mandatum. Holden. Chopper. Will? Kannst du mir mal mein Schaf wieder schicken? Ja. Ich bin jetzt scharf. Ready, hunt, hunt, hunt. Du hast ja oben ein Schaf von mir geklaut. Wo? Ich hab keine Schafe geklaut. Warum soll ich dir denn Schafe klauen? Weil dein Scout da dran vorbeigelaufen ist. Hä? Original mein Scout ist bis hierhin gekommen. Oder wird das farbtechnisch bei mir nur so komisch angezeigt. Bei mir sieht das wirklich so aus wie deine Farbe. Also ich hab hier kein Schaf rumstehen. Entschuldigung. Ja bei dir nicht. Das ist bei mir in der Nähe. Du musst es bei mir irgendwo glaube ich eingesammelt haben. Kling mal bitte wo du das meinst. Ja da hab ich noch nicht gescoutet. Ja ich glaube es wird nur irgendwie komisch angezeigt. Und ich bin geradezu äh konzentriert irgendwie um Ready. Holden. Greeten. Bus. Nein. Ready. Hunter. Come on Leute. Mandaten. Wo sind denn eigentlich meine Wehe da? Yay. Gather her. Ready. Ich hab den Turquise aus meiner Seite. Haha. Mandatum. Gather her. Yay. Gather her. Yay. Mandatum. Gather her. Mandatum. Yay. Gather her. Equillium. Chopper. Greton. Yay. Gather her. Ich bin ein bisschen idle time hochgeklickt. Ich hab auch hochgeklickt. Ich bin ein bisschen weggeklickt. Ich bin ein bisschen weggeklickt. Ich hab mich doch zu lange mit Deer-Pushen aufgehalten, dass ich hier gelebt wurde. Ich hab schon einen Gegner gefunden. Ja, ich hab den Fikisen. Wer hat eine Archery-Range? Okay. Eine Archery-Range klingt jetzt erstmal noch nicht so besorgniserregend. Bin ich ehrlich? Ja, für Kieken. Ist ja auch auf meiner Seite. Ja, okay, gut. Kommt für dich. Mal schauen. So, die Archery-Range steht, der Spot am Haus. Genau, immer schön. Meldung machen. Meldung machen. Ich hab den blauen. Servus, Elias. Geht alles besser hier. Same. Mandatum? Bullden. Chopper. Ready. Bullden. Dich. Ey, wo läuft der denn hin? Ach. 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 Eieieiei. Scheiße, ich bin gar nicht. Chopper. Ready. Dich. Chopper. Mandatum. Bullden. Oh, der hat schon. Die sind hier beide auf meiner Seite. Der grüne und der türkise. Ja, ich bin beim türkisen drin. Ah, das ist gut. Ich bin bei türkisen in der Base. Oh, da ist er. Er hat einen angeditschten. Der türkis hat drei Wilds verloren. Oh. Ich hab blaue Nights in der Base. Äh, blaue Viecher. Der verliert Kräuterkraut erst mit ein paar Wurz. Achtung, die alte Rico, hier sind irgendwo blaue Scouts unterwegs. Ah, okay. Äh, er hat einen Tower gebaut. Luke Peace hat seine Arscher zurückgeholt. Grün ist auch mit Scouts hier. Ich hab den Türkisen mal von Gold vertreten. Blau ist auch Gold, runter von Gold. Was ist der Franke? Oh, aber der hat viele, viele Archer. Äh, grün klappt mit mir jetzt alle meine Scouts Platz. Schade. Also die sind hier hinten. Pass auf. Ja, meiner Dings sind die schon mal nicht gerade gestorben. Ach, der Quatsch. Der hat die Comscore. Faszinierend. Ah, okay. Ready. Ja, Faszinierend, oder? Ist doch so gut, da? Mandatum. Ich brauche da noch einen dritten Stall. Oh, shit. So, hab hochgeklickt. Oh nein, 10 Sekunden. Später. Ah, Mist, jetzt stoppeln sie mich. Ich hab hier grüne Leids und hier die türkisen Archer. Oh, ja, okay, bleib mit den Archer auf jeden Fall im Towncenter-Range. Ja. Und versuch ein paar Villager einzuquartieren. Ja, okay. Bleib erstmal da in dem Radius, ich komm gleich mit Knights. Ein blaues Scout schon wieder bei mir. Gut, den Villager kriegt er. Leider. Ich find meine Kaserne nicht. Ach, da drüben. Ja, ja, ja. So. So, nice in der Cue, ich komm rüber. Die Scouts hast du, das ist gut. Die Scouts sind weg, allerdings die Archer haben mich auch vom Ball vertreten. Ja egal, du hast eine bessere Masse, du hast auch mehr Upgrades drauf, also sollte eigentlich funktionieren. Also ich verfolge jetzt mal die Archer, die sind in deine Richtung, die sind irgendwo hier hinten. Kämpft ihr Vikings, die laufen nur drauf. Das ist doch schön. Kloplo ist tot jetzt. Kloplo ist tot jetzt. Ja perfekt. Das heißt, wenn du den Stats setzt, dann kann ich mich noch mal hier vorbereiten auf... Die Lines sind einfach nur dumm. Komm, wir haben die Archer da dran. Hier waren nochmal Scouts, Achtung, die alte Rekord. Ja, 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 ja. Wo sind denn die hierher? Würden wir die bitte schießen, wenn wir die einfach nur vorbeiraten? Ja du, wolltest das mal bitte zu? Ja du, wolltest das mal bitte zu? Ja. Oh shit. Weck, wir können. Fight! Yes! Ah, dauernd irgendwelche fucking Scouts in der Base. Yay? Bullen! Der macht das nicht schlecht, der. Das ist mal der Blaue, mal der Brügel. Das ist echt ätzend. Das ist echt ätzend. Daniel, wo gehst du hin mit deinen Scouts, äh, Rittern? Achtung, Ironhide. Was war da? Scouts, ah, okay, die kommen wieder zu mir. Daniel, wo bist du jetzt hin mit deinen Rittern da? Die sollten eigentlich außen rum reiten, aber sie sind dumm. Okay, weil hier ist gleich volle Partie. Ist okay. Gleich mit einem kleinen Trupp, wahrscheinlich bei, äh, Blau drin. Äh, Grün. Ja, ist okay. Ja, dann hat schon mal zwei Wilds verloren. Oh shit, jetzt habe ich aber Grünball mit drin. Shit und Blau. Komm rüber. Ja, der Riko, Achtung, die Post geht ab. Äh, hast du Uni? Ich hab ne Uni, ja. Okay. Ballistik, kann ich aufstehen. Ist sehr schön. Man soll, dass du es eigentlich feiten können. Dann guck ich mal gleich beim Grünen vorbei. Achtung, er kommt wieder. Also, bei mir ist gecleared. Oh shit. Ich hab auch so dumme, dumme Walls hier, Alter. Ach Gott. Achtung, Daniel. Ja, ich bin da. Ready, yeah, 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 yeah. Ja, ich bin da. Oh, da ist Wopper. Willst du sehen? Ich brauche noch ne Castle und entwickle Stirrups, dann sollte... Haben die Nice wirklich alles, was sie geil macht. Ja, ich will. 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 Happy Nights! Jawoll! Und wieder zurückziehen, auf den Wügel! Wir sind jetzt hier! Wir sind jetzt hier! Der Steuert ist gespielt! Ja, Rico, kommen dann noch weitere Arsch hervor? Ich hätte dich hier herüber geschickt, aber ich kann sie auch... Lass lieber hier auf dem Hügel bleiben. Ja, okay. Oh shit. I don't know, wie sieht's bei dir aus? Ach, irgendwie mit einer Archer-Sift zu pushen ist nicht so geil, finde ich. Der bremst mich halt irgendwie relativ gut aus. Ja, wir gewinnen hier eigentlich ganz gut, falls immer wieder... Aber ich reiß mich jetzt ein TC auf, aber es könnte alles viel schneller gehen irgendwie. Äh, Alter Rico, kannst du noch eine Archer-Range hier vorne bauen? Und das Townsend-Lagging und der Beschluss liegt. Ansonsten mach ich's gleich mit, mit, äh, Knights. Ich hab hier 30 Knights. Na komm, ich mach's gar nicht einfach. Ich kümmere mich drum. Okay, dann stell mich ich ganz tapfer auf den Hügel. Mach nichts. Super. Ja, ich hab's gesehen. Ich mach's schon. Und du bist da rein? Ready. Ich will. Yes. Ich will. Fatal! Yes. Ich will. Hey, doch die Villager. Dreht nicht vorher wieder um, Mensch. Nur weil ihr eure scheiß-Formation einhalten wollt. Yes. Ich will. Alter, der will ja grad Stone wollen. Ja. Ja, der Typ ist sehr gut. Ja, Enrico, komm mal dazu, bitte. Ja, das ist kein Problem. Das Town Center reißen wir auch noch ab. Ja, hier kommen... Ja, ich weiß, musst du fighten jetzt. Aber ich bin hier gerade am Venetischen Schlacht. Ja, ist okay, ich wollte es dir ja nur gesagt haben. Alles gut, ich bin drauf. Ja, der Türkis ist eigentlich so ziemlich raus. Ich habe eben geklickt, by the way. Ich auch. Beziehungsweise, wie man sieht, bin ich schon da. Ist da noch irgendwas, Daniel? Ich glaube, ich habe schon alles abgeschlossen. Ich gehe jetzt noch viel runter. Er geht zu Pocket, ich mache das Town Center hier unten. Hat jemand, äh, Holz. Äh, hier ist noch ein Nachschub von Grüne, glaube ich, angekommen. Ja, das war ein Nights. Ah, doch. Kannst du wegballern? Ach so, nee, es sind ein paar mehr als Nights. Ah, die ficken die Rauf. Ja, ja, die Kugabsteig. Daniel, die Bikes sind mit mir gekommen. Die sind auf dem Weg zu dir. Okay, egal. Passt schon. Das war's schon. Jetzt repariert das Town Center wieder. Ah, er verliert alles. Das Town ist auch down, wunderbar. Ja, der ist diese... Ja, der ist jetzt... Jetzt gehe ich rüber zu links. Da, da? Ich will das. Ja, hier. Sind aber beide wieder hier. Nur, dass ich's gesagt hab. Es ist nicht so tragisch. Ich komme jetzt schon... ...zurecht. Okay. Aber wie gesagt, sie sind jetzt beide hier und versuchen, glaube ich... Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber sie haben was vor. Das ist... Das reicht schon, ne? Schlimm genug. Ja. Damit komme ich nicht zu K. Da spielt's jetzt nicht immer so'n Produkt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Baldem. 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 Yay. Mandatum. Shhh. Yus. Yay. Baldem, dudem. Baldem. Streeton. Baldem. 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 Yay. Ready. Yay. Noch kurz warten, bis die alle ihre Upgrades haben. Der ist frech! Soll ich da hinkommen, oder? Nein, 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 Entschuldigung. Ich habe Rammen, ich habe 1000 Rammen. Es ist überhaupt kein Problem. Alles klar. Ich hau die nieder. Ich geh jetzt da rein. Ich habe zu wenig Rammen. Nicht so schlimm. Was macht denn Blau da bitte? Der hat meinen Mönch umgebracht mit seinen Villager. Das finde ich nicht so geil. Also Grün reagiert so gar nicht. Ja, der ist hier beschäftigt. Grün ist absolut hier. Ja, ist okay. Ich mache ihm alles kaputt. Grün ist ausgeschieden. Perfekt. Oh. Servus, Nebemart. Ich habe deine Nachrichten noch gar nicht gesehen. Sorry. Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich bin jetzt ja schon so 18 Stunden wach. Fast 20. Was zur Hölle hat Blau hier gemacht? Guck mal, er hat bis zu deiner Basis gewollt, Daniel. Ich habe es gesehen, ja. Das ist nicht seine Angst. Und Hauptsache Fortified Walls. Naja, wenn ich schon so Hardcore Walls gehe, dann muss ich die Tech auch einmachen. Dann schon richtig, ne? Ja, ja. Genau. Aber an seiner Stelle würde ich halt hier eine Arena verfolgen. Ich hätte wahrscheinlich einfach blau ignorieren sollen und einfach direkt zum Franken marschieren sollen. Ich habe mich hier viel zu lange dran aufgehalten. Aber 3 gegen 3 ist, was das angeht, finde ich ja auch immer so ein bisschen schwierig, weil wenn er dann doch ein bisschen was hatten als Raids zu dir nach hinten schickt, ist es auch wieder eklig, weil als Archer-Spieler würdest du Ewigkeiten brauchen, um nach hinten zu laufen. Also die Knights mit Stirrups. Aber ich glaube, ich hätte Grünen ziemlich schreddern können, wenn ich weitergelaufen wäre. Die Knights mit Stirrups wolltest du sagen, Daniel? Die sind echt sexy. Sexy ist. Ja, ist wirklich so. Die machen Ratsch, Ratsch, Ratsch Town Center down. Also, es ist geil. So 30 von denen, die reißen das mit 3 Schlägen ab. Das ist schon... Ah! Äh, Stirrups macht ja nur schnell, oder? Das heißt, sind ja geil. Ja, ja. Die greifen 33% schneller an. Das ist schon geil. Oh Mann, was habe ich unnötig viel an Mangen verloren? Äh, ich habe generell unnötig viel verloren. Meine Abelisten... Also, ich habe jetzt, glaube ich, 20 Abelisten am Feld. Ne, ich hatte über 60 jetzt zum Ende, aber es war... Hatte ich schon mal mehr. Aber ich habe trotzdem unnötig viel verloren. Ja, das Problem ist, was ich bei dir gesehen habe, Riko, du hast sie zum Teil einzeln reingeschickt. Du hast hier einen Trupp auf dem Hügel stehen gehabt. Bestimmt so 20 Stück. Und dann kommt von links oben nochmal, also aus der Richtung von deinem Kloster kommt nochmal irgendwie so ein Trupp von 20 Archern. Und in der Zwischenzeit nimmst du die, die hier auf dem Hügel stehen und fightest mit denen. Ja, das kann schon sein. Aber das, was mir die meisten umgebracht hat, war das, als ich hier zu zweit... Also, du hast den Grünen geredet und ich war da zu zweit alleine gegen die anderen zwei, weil die haben dann mit Pikes, Rittern und eben die, weiß ich nicht, ob das schon Aberlisten, nein, waren noch Crossbows vom Türkisen. Und was mir auch immer wieder einige gekillt hat, war das, als wir da mehr beim Türkisen reingegangen sind. Du kommst ja auf der anderen Seite nicht raus. Und jetzt mal, wenn ich gerade Reinforcements reingeschickt hätte, sind da mehr oder weniger zwischen meinen Crossbows auf einmal Ritter drin gestanden, weil halt der Grüne die nachgeschickt hat. Dann haben sie mich eingekesselt gehabt und das hat mir auch immer alles gekostet. Also, Patrick, nur so als kleiner Tipp, Aberlisten können nur vom Gegner kommen, wenn er Imperial Age ist. Ja, ich seh's. Aber schau, das zeigt doch auch, ich mache Fortschritte. Ich hatte den so bei den R. So hatte ich den bei den R. Alter, guck dir mal bei mir den Militärbalken an. Ich weiß halt auch nicht so wirklich, was sein Plan war. Wahrscheinlich wollte er irgendwann auf eine Castle gehen, aber das hat irgendwie alles keinen Sinn gemacht, was der da getreten hat. Ja, aber der hatte gar kein Militär. Der hatte... Ja doch, der hatte ein paar Scouts. Der hatte dann zusammen mit Grünen sich abgesprochen, scheinbar, und hat die Zeit gleich zu mir reingeschickt. Ähm, das war mal kurz eklig, aber hat jetzt auch nicht so viel Schaden gemacht, weil die sind dann alle in meinen TC gelaufen und dann war das okay. 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 Wow. Gut funktioniert. Und erst kann man gleich nochmal. Ja komm, eins mache ich noch und dann gehe ich mal was frühstücken. Bis zum nächsten Mal. отметung nur noch immer. Dann Sweet이스ربak. ich wäre mir glorious! Schade. Vielen Dank.